willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsen und noch mal danke für den gestrigen abend war ja sehr sehr schick muss ich sagen auf twitch mal wieder so ein bisschen so drei stunden das war so übliche zeit 9 uhr bis kurz nach zwölf also hat mich sehr sehr gefreut und wir haben auch richtig was geschafft vor allen dingen was die level rei angeht ich habe die schweinereiter auf max level würde ich euch aber erst morgen so ein bisschen was zu zeigen beziehungsweise so ein bisschen hier wie soll man sagen obwohl ich kann euch gleich einen schönen angriff zeigen ich zeige euch einen schönen angriff aber deswegen sind wir ja gar nicht hier sondern wir wollen uns natürlich erst mal den boden skin anschauen und das mache ich wie ich die letzten folgen auch gemacht habe ich zeige euch das ganz geschmeidig hier und dann ist immer wieder so ein kleines video da ich ja keinen entwicklungs account habe und kann euch den boden skin dann zeigen mache ich das halt so in dem mit den mitteln die auch mir zur verfügung stehen und das sind nun mal so kleine videos direkt von supercell also der worden master hier ist er in gold sieht sehr sehr schick aus mit den mit den beiden rollen und dem stab was ja noch schicker finde ist das sehen wir gleich also erst mal ja da ist ein bisschen viel im bild habe ich auch gedacht aber den u kann man auch nicht weg machen außer man levelt ihn ist eigentlich ein bisschen doof dass der jetzt immer direkt vor dem vor dem worten gesicht herum flattert aber ihr seht da schon der schwebt der schwebt so cool wirklich wirklich nett und ich weiß aber jetzt nicht ob das jetzt die die ansicht ist schwebend also für lufteinheiten oder ob doch okay auf dem ground ah ja okay dass da sieht man es jetzt dann läuft er dort mit seinen schlappen okay ich finde den skin sehr sehr nett muss ich sagen und wir sehen ihn aber gleich auch noch mal in action also hier wieder auf diese sündhaft schweren supercell kobold mission bases weil die sind ja immer wirklich wirklich der hammer kann man nicht anders sagen also was die schwer sind und oder geht aber gut das sieht aber richtig richtig lecker aus wie der blitz da aus dem stab kommt und also ich mag den ich weiß nicht wie es euch so ergeht ich meine ich jamme mir den jetzt nicht vor der pass kommt ja morgen wieder raus also der neue pass und dann ja da ist er jetzt natürlich auf da ist er jetzt da ist auch luft glaube ich aber ich meine er hat trotzdem wenn er er zündet sind ja sind ja trotzdem die die einheiten die er in der aura hat geschützt und jetzt kommen aber noch ein paar lufteinheiten dazu ja wie gesagt diese basis hier von supercell eigentlich nicht zu schlagen aber derjenige der das hier aufgenommen hat ist in jedem fall ein sehr sehr guter spieler kann man nicht anders sagen was der hier alles abrockt also wirklich wirklich nett und auch hier wieder mit dem bowler ein bisschen vorgefahren hat aber nicht richtig wirklich gut gemacht muss jetzt schon den worden ziehen jetzt kommen noch ein paar schweinereiter mit dazu und aber wie gesagt ich mag ich mag den skin und darum ging es ja eigentlich auch ging es auch eigentlich in dem video ich meine es soll ein kurzes video sein denn wir machen heute abend gleich weiter mit stream liegt einfach daran dass ich morgen abend nicht kann also am freitag war das eigentlich von mir geplant aber ich kann am freitag abend nicht genau wie den nächsten freitag abend auch nicht und deswegen ziehe ich das einfach vor dann sehen wir uns auf jeden fall denke ich dann am am wochenende und so verpassen wir nichts wir sind auch noch aktuell im ck also das war es jetzt erstmal von dem worden hier und ja wie gesagt wir sind aktuell im ck das müsste eigentlich noch reichen dass das war hier heute abend so die letzten zwei drei vier stunden noch so ein bisschen mitnehmen wir haben auch noch ein bisschen was zu tun hier sehe ich gerade der gegner hat auch schon so ein bisschen zugeschlagen ja ich bin hier ja mit einem elfer mit einem elfer 13er und mit einem 14er unterwegs und von daher wird uns sicherlich einiges erwarten muss ich mal gucken oh der meddy hat ja angegriffen meddy hat angegriffen okay ist mal selten dann zeige ich euch lieber den angriff hier das mal ich wollte gerade sagen das ist nicht selten aber meddy hier mit 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 dem elfer habe ich den glaube ich noch nie gesehen ob mit dem elfer habe ich den noch nie gesehen mit die 2.0 sondern eher mit dem 14er nochmal übrigens werbung in eigener sache wir suchen noch ein minimum ein zwei ich glaube es sind sogar drei 14er also wenn ihr lust habt und habt noch ein 14er über oder ihr habt ein rathaus 14 was kein mensch gebrauchen kann ich kann es gebrauchen also wir können es in jedem fall gebrauchen und natürlich nicht gerusht sondern relativ normal gelevelt und dann kommt ihr ruhig in den kleinen herausforderer stellt euch ruhig so vor für die cwl die dann ja auch wieder anfängt und dann würde ich ganz gerne indem ich mit dem mit dem club hier mit dem herausforderer wieder von meister 3 in meister 2 aufsteigen das müssen wir eigentlich schaffen und die elfer 12er und 13er würde ich dann auch ganz gerne im clan deutschland add wieder parken ich packe euch auf jeden fall beide beide ids unten rein die von den herausforderungen ist sowieso in der beschreibung aber die von clan deutschland add nicht das packe ich euch auch mit rein und dort habe ich den chefkoch geparkt das ist ein rathaus 10 aber wenn wir dort 11 12 13 wenigstens eine 15er spielen könnten also eine 15er cwl dann wäre das natürlich echt echt super das würde mich unheimlich freuen wenn wir mal wieder zwei clans oder ja ich mal wieder zwei clans hätte mit euch zusammen wo wir eine 15er in meister 3 spielen und eine 15er in crystal 2 der clan deutschland add ist ein crystal 2 das müsste eigentlich machbar sein mit 11 12 oder 13 an und wenn wir da wenigstens 5 15 leute werden also wie gesagt noch mal werbung gehen so ein bisschen ein bisschen in eigener sache dass wir dort ein wenig cwl spielen das heißt also hier bei den herausforderungen wie gesagt spielen wir in meister 2 das kann man hier eigentlich auch sehen ne meister liga 3 genau da wollen wir ja wieder aufsteigen und im clan deutschland add wie gesagt ich packe euch unten den tag mit rein in die beschreibung wenn ich ihn denn habe da ist er da ist im moment nur der chefkoch und der bender und die beiden sorgen dafür dass ihr da reinkommt aber wie gesagt das sollte nur so ein bisschen werbung in eigener sache sein alles andere sehen wir dann ich muss auch mal gerade gucken wann fängt denn die liga eigentlich an steht hier eigentlich immer in den events drin ja das event habe ich natürlich auch gestern mit euch fertig gemacht wunderbar schön das book of fighting also das buch des kampfes und damit haben wir dann die schweinreiter gemacht also ich ja wie gesagt in 22 stunden 11 minuten fängt das ganze an zwei tage hat man zeit um zu starten also haben wir noch ein bisschen was wo wir ein bisschen die werbetrommel rühren können ich werde das ganze auch nochmal auf meinem discord machen und von daher hoffe ich dass der clan hier voll wird beziehungsweise nicht voll wird sondern dass ich hier noch 1 2 3 4 tummeln der fredde ist hier schon mit reingekommen den nehmen wir nicht hier den keks weiß auch gar nicht aber er ist schon immer im anderen clan aber der fredde ist hier mit wieder mit dabei ich glaube der seelenarzt ist hier diesmal sowieso drin geblieben wie ich das gesehen habe ja der war sonst auch immer eigentlich bei einem anderen clan und da müsste das ja eigentlich laufen der hirschi ist zwar ein 14 aber der ist offline und also wie gesagt ich meine es sind 3 14 die wir hier noch brauchen wir können auch unten mit einem guten max 13er spielen ja also ich könnte mir auch vorstellen mit avatar hier zu spielen aber ich würde natürlich gerne mit euch auch im clan deutschland ein bisschen ein bisschen hier clash of clans rocken ich hoffe die kurze aber feine folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen wenn ja dann lassen wir einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und so weiter und dann sehen wir uns heute abend wieder wird wieder so richtung 9 uhr gehen so 9 bis 12 ist da so ein bisschen so meine streamzeit und dann sehen wir uns in jedem fall mal sehen ob ich bis dahin auch mein anderes mikro hinbekommen habe ich bekomme ja ein neues und das wird in jedem fall heute noch ankommen und ich hoffe das habe ich heute ab dann auch schon am start das können wir dann auch mal ein bisschen abtesten und da würde ich sagen sehen wir uns ab noch eine schöne restwoche sind ja nur noch zwei tage bis dahin danke fürs zuschauen euer toto